Ja gut, grüßt euch, ich bin der Jonas von Kork. Wir stehen hier auf der Superbooth in Berlin. Zum ersten Mal findet dieses tolle Event statt, eine wahnsinnige Location im Funkhaus. Solltet ihr nicht da gewesen sein, empfehle ich euch, kommt vorbei, wenn ihr euch für elektronische Musik interessiert. Es macht einfach Spaß. Ich bin heute hier. Ich wollte euch eine kleine Europa-Premiere zeigen, die wir jetzt hier ganz neu haben. Wir haben einen kurzen Moment, uns an das Gerät zu stellen, der neue Volker FM von Kork. Das neueste digitale Synthesizer-Mitglied in unserer Volker-Familie. Wunderschönes Gerät. Es ist praktisch ein echter FM-Synthesizer, nicht nur praktisch, es ist ein echter FM-Synthesizer mit sechs Operatoren, die genau wie im X7 32 Algorithmen ergeben. Es hat zum Glück Presets, wie ihr an diesem Fader sehen könnt, dass auch die etwas komplexere FM-Synthese durch Presets einfach erleichtert wird. Man kann sich auch, während man sich in Presets befindet, durch die verschiedenen Algorithmen durchsteuern. Da können wir vielleicht ganz kurz mal die kleine Karte zeigen, dass man auch mal sehen kann, dass wie bei den 32 Algorithmen sich die Operatoren verhalten können als Modulator oder Carrier. Das kann sehr schöne, unterschiedliche Klänge geben. Die FM-Synthese ist einfach gerade eine Synthese, die sehr aktuell ist, die sehr aktuelle Klänge liefert. Die Nachfrage ist riesig nach dem Gerät. Es wird jetzt so langsam in die Läden kommen. Wir erwarten, dass die großen Stückzahlen dann ab Anfang Mai, Ende April verfügbar sind. Es kommt ja noch die Musikmesse jetzt auch in Frankfurt, da könnt ihr das auch nochmal ausprobieren. Wir freuen uns, dass wir das Gerät haben, euch zeigen können. Es macht einfach Spaß.